Hallo und herzlich willkommen liebe Sammlerfreunde zu einer weiteren Ausgabe von Sammelsaurus Unboxing. Ja, auch heute geht es mal wieder um die Loyal Subjects. Ich war mal wieder in der Nähe vom GameStop und habe mir gedacht, ach was soll's, nehme ich doch noch mal ein paar davon mit. So und heute wollen wir davon mal wieder einen auspacken. Wer es ist, das werden wir gleich sehen. Ja, und hier haben wir die Box. So sehen die Verpackungen aus. Loyal Subjects, Masters of the Universe und ja, dann schreiten wir mal zur Tat. Drückt mir mal die Daumen. Mal gucken, was es ist. Mal schauen. Und es ist Stratos. Ja, schön. Nur habe ich den leider schon. Naja, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Vielleicht ist dieser hier besser als der andere. Denn, äh, schauen wir mal. Ferner. Hier ist das Zubehör. Das lasse ich entsprechend mal zu. Und, äh, vielleicht werde ich den entsprechend tauschen. Ja, den hatten wir zwar schon in einem Video, aber ich kann hier trotzdem gerne mal vorzeigen. Ja, das ist Stratos mit dem coolsten Face, was ich je gesehen habe. Sieht echt geil aus. Dann auch schön hier die Arme, Oberkörper, der Jetpack. Alles sehr schön detailliert und modelliert. Ja, normalerweise kann man auch hier die Rüstungen abnehmen. Ja, bewegen kann man, ne? Muss man den Kopf mal kurz aus der Starre holen. Ja, wie gesagt, kann man um 180 Grad drehen. Der Kopf ist abnehmbar bei jeder Loyal Subject Figur. Genauso ist es mit den Gliedmaßen. Die kann man nämlich auch abmachen, wie man hier jetzt zum Beispiel an dem Bein sieht. Falls euch da mal was entgegenkommt, das kann mal sein, dass eine Loyal Subject Figur in der Verpackung dann eine, ja, was weiß ich, einen Arm oder ein Bein abhat. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ihr klickt das einfach wieder dran und ihr seht, da passiert gar nichts mit. Hüfte kann man auch bewegen. Jetzt geht das Bein erneut ab. Stecken wir es wieder dran. So, ja. Hier haben wir noch das Zubehör. Da haben wir halt die Flügel und den Staff of Avian. Ja, und wie gesagt, an dieser Figur ist nichts dran. Ja, hier haben wir noch die Biografie. Interessanterweise haben wir hier die Farbvariante vom Blue Wing Stratos mit einem blauen Helm. Das Visier ist entsprechend rot. Also eigentlich ist alles nur Farb umgekehrt. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, das war es auch wieder mit diesem Unboxing Video. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Unboxing Video bei Sablesaurus. Vergesst nicht, den Kanal hier zu abonnieren. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich noch einen Daumen nach oben zu geben und die kleine Glocke zu aktivieren, denn dann bekommt ihr jedes Mal eine gesonderte Nachricht, wenn ein neues Video von uns auf den Äther geht. Ja, in diesem Sinne, gute Reise und bis dann. Was?